Der wollte dann in die Politik und hat festgestellt, wie wird das nix und hat gesagt, so jetzt setze ich mir eine Perücke auf und schraube mir Plastikbrüste dahin, wo auch echte sein könnten, wenn ich eine Frau wäre. Und auf dem Ticket ist er dann bei den Grünen über die Landtagsliste, über die Bundestagsliste in Bayern, glaube ich, ist er in den Bundestag gekommen und beschäftigt sich jetzt hier mit Forst, Wirtschaft, Umwelt und irgendwie. Was für ein Mann ja auch nicht ungewöhnlich ist. Nö, die Axt im Walde, die Axt zu Hause, er sprach den Zimmermann, aber eine Axt im Wald ist auch nicht schlecht. Ja, und beschäftigt sich also mit diesem Politikbereich, aber er hat dann auch noch diesen Fetisch für sich entdeckt, also jetzt richtig so zu tun, als wenn er eine Frau wäre. Eine Straßennutte wäre. Nein, dazu kommen wir ja gleich.